Hallo, ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker. Und heute beim Energetik-Podcast sprechen wir über ein Thema, das besprochen werden muss und ganz, ganz wichtig ist. Heute sprechen wir über ein Thema, wo ich eigentlich nur den Kopf schütteln kann und ich kann gar nicht sagen, wie furchtbar ich das finde. Was ich so in meiner fast 20-jährigen Erfahrung jetzt in der Energetik schon alles erlebt habe und erfahren habe oder auch von anderen Klientinnen gehört habe. Denn es gibt einfach ein paar Punkte, die müssen wir klären und das muss auch dir als Kunde ganz klar sein, wenn du zu einem Energetiker gehst, zu einer Energetikerin gehst, dass gewisse Sachen einfach nicht drinnen sind. Punkt Nummer 1, achte immer auf preisliche Transparenz. So wie ich die Energetik definiere und es ist klar, es ist jeder selbstständig und definiert es anders. Bei mir ist das ein ganz klarer Zeitschlüssel. Das heißt, ich tausche meine Lebenszeit gegen Geld ein. Das ist die Grunddienstleistung des Energetikers. Das heißt, ich habe einen Stundentarif und nach dem wird abgerechnet. Und da kannst du dann auch ganz klar daran erkennen, okay, wie schaut dann deine Rechnung letzten Endes aus. Jetzt höre ich aber von Kundinnen und Kunden, dass die da Unsummen teilweise bezahlt haben oder 15, 20 Sitzungen machen mussten, was meines Erachtens nach nicht unbedingt Sinn macht. Ich meine, es ist schon klar, ich arbeite anders, jeder hat da sein eigenes System. Aber erkundig dich immer vorher, was kostet was. Die Krönung, die ich ja mal gehört habe, man hört es natürlich in den Medien auch andauernd, ja, da werden so viele Tausende Euro ausgegeben für, man erinnert sich an Krankenhaus Nord zum Beispiel. Aber letzten Endes ist man da selber aufgerufen dazu, zu einer preislichen Transparenz und darauf auch zu achten. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Energetik an sich jetzt ein zwillichtiges Gewerbe ist, sondern das ist einfach, das sind betrügerische Leute und das ist natürlich kein klares Geschäftsverhalten, wie es es auch leider in anderen Branchen gibt. Die Krönung, die ich gehört habe und das von einigen Klienten ist, so Marke, zahl mir 12.000 Euro und ich bearbeite innerhalb eines Monats an dir und löse alle deine Blockaden. Das ist schlicht und ergreifend Betrug und ich habe da auch viele kennengelernt. Mir ist auch der Name bekannt, dieses unter Anführungszeichen Heilers Energetikers, der das verlangt. Wo ich mich dann schon fragen muss, wofür? Denn wenn ich jetzt sage, ich habe einen Schlüssel, eine Stunde 100 Euro, für 12.000 Euro, na, schöne Sache. Also wenn ich 120 Stunden an jemandem innerhalb eines Monats arbeite, na, gute Nacht. Also das sind sicher so Angebote, bitte Finger weglassen und das geht auch nicht. Alleine wenn dir jemand verspricht, alle deine Blockaden sind gelöst, alle deine Probleme sind gelöst und du musst so und so oft kommen, diese Heilsversprechungen, da würde ich immer aufpassen, weil letzten Endes geht es immer um dein Leben und um deine Lebensenergie und wie du dein Leben führst. Und da kann dir niemand Versprechen machen, dass da was so und so viel besser wird, sondern du kannst inspiriert werden. Wenn du zu mir kommst, versuche ich über dein Energiefeld zu inspirieren und du änderst dann die Sachen. Das heißt, du hast es in der Hand, du wirst nicht verzaubert. Und jeder, der diesen Eindruck erweckt, ist meines Erachtens nicht seriös. Punkt Nummer zwei. Es kommen Klienten zu mir das erste Mal, in erster Linie Klientinnen natürlich, kommen zu mir das erste Mal und fragen mich, ob sie sich ausziehen sollen. Ich bin dann immer ganz erstaunt und verblüfft und frage dann nach und es ist leider nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass es da anscheinend Ratgeber gibt, die energetisch, dass sie das besser fühlen können, offensichtlich so irritiert sind von einer Gewandschicht am Körper der Klientin, dass sie offensichtlich benötigen, dass dieses Gewand abgelegt wird, weil man das sonst nicht so gut spüren kann. Ich möchte da jetzt schon sagen, Lust molchen möchte ich gerne einmal einen Gruß schicken und einfach mal sagen, dann trainiere bitte, dass es auch mit Kleidung geht, denn das funktioniert und wenn du das nicht kannst, biete ich dir gerne eine Ausbildung an, dass du zu mir kommen kannst und du kannst das lernen, da muss sich jemand ausziehen und es bleibt seriös, es bleibt klar und es bleibt alles gut aufgeräumt. Denn es ist absoluter Blödsinn, dass man sich da entblättern muss und ich würde dir auch empfehlen, lass dich auf so etwas nicht ein, das ist nämlich Quatsch. Und wenn der nur so arbeitet, dann ist es natürlich auch dein gutes Recht, da einfach zu sagen, denn ich fühle mich da nicht wohl damit und das lasse ich sein. Es bleibt natürlich jedem selber überlassen, wie er arbeiten und was er arbeiten will, aber das ist wirklich so ein Punkt, der treibt mich in den Wahnsinn, weil ich mir immer denke, man arbeitet ja als Energetiker mit dem Leben, mit der Lebensenergie. Und man versucht diese unsichtbare Lebensenergie so zu formen und mit dieser Aura oder den Chakren oder wie du es auch nennen willst, zu arbeiten, dass es dem Klienten gut geht. Und was das dann für einen Sinn haben soll, dass sich jemand auszieht, da frage ich mich schon, was da dann dahinter steckt oder welche Energie du eigentlich fließt. Und die ist wirklich nicht sauber. Und da muss ich wirklich sagen, Pfui Teufel, schämt sich und lernt das gescheit und macht das seriös, weil so geht es schon überhaupt nicht. Und noch einmal an alle Klientinnen, das ist Blödsinn, dass man sich ausziehen muss. Das ist absoluter Quatsch und Blödsinn. Und wenn das jemand braucht, kannst du selber noch entscheiden, okay, ich fühle mich wohl damit und das hat einen Sinn. Oder du lässt es einfach sein. Denn maximal, dass ich sage, okay, bitte nimm eine Uhr ab, wenn ich was füllen will oder nimm ein Schmuckstück ab, das lasse ich mir ja noch einreden. Aber es gibt keinen Grund, irgendwelche Kleidungsstücke abzulegen. Keinen Grund aus der energetischen Sicht, aus meiner Warte aus. Und das führt mich gleich zu Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei ist einfach, schau, dass du dich mit deinem Energetiker, deinem energetischen Therapeuten wohlfühlst. Du musst einen Draht zu dieser Person haben und es soll für dich einfach passen. Und meines Erachtens nach kann man jederzeit sagen, so ich mache jetzt da keinen weiteren Termin, weil mir taugt das jetzt nicht so. Das kann man ja jederzeit sagen. Es gibt immer, es gibt genug Energetiker, fangen wir mal so an, und es gibt genug Menschen auf der Welt, die diese energetische Hilfe in Anspruch nehmen. Und es gibt sicher auch Leute, die können mit mir nicht so gut und ich mit denen auch nicht. Und dann meandert da was. Und es gibt nicht diesen einen Wunderheiler, der dir helfen kann und der ist dir vielleicht unsympathisch, aber weil er deiner Frau geholfen hat oder deiner Mutter geholfen hat oder egal wem, ist das der Wunderwutzi. Wenn du mit dem nicht kannst, dann such dir jemand anderen. Das muss überhaupt nicht sein. Also achte immer darauf, dass du dich gut fühlst, dass du dich locker fühlst und dass du auch das Gefühl hast, da in guten Händen zu sein. Das ist überhaupt kein Problem, wenn was jetzt ein bisschen eigenartig ist oder wenn du das Gefühl hast, okay, da kann ich mich nicht so fallen lassen, dann ist es besser. Du suchst dir jemand anderen, wo du das Gefühl hast, in besseren Händen zu sein. Also scheue dich nicht davor, auch da durchaus mal einen Therapeuten zu wechseln, einen Energetiker zu wechseln. Es gibt genug und schaust dir einfach an. Normalerweise sollten ja dann wirklich, wenn jemand seriös arbeitet, solltest du auch vorher recherchieren können über wen. Vielleicht hat der auch Bewertungen auf Google oder er hat eine Homepage. Also schau dir das einfach genau an und du bist wirklich nicht in der Lage, dass du da jetzt einfach jeden nehmen musst oder da einfach in der Hand von jemandem bist. Mein letzter Tipp und den halte ich auch für ganz, ganz wichtig, weil der in dieser Branche ganz, ganz wichtig ist. Ich sehe und ich persönlich und bei der medialen Energetik, auch bei meinen Ausbildungen, bei meinen Sitzungen, ich definiere Energetik so, dass ich mit der Lebensenergie arbeite und Lebensenergie will inspiriert sein. Die will also berührt werden. Inspiriert heißt einfach, du wirst berührt und dann kommt da mehr Influß. Aber sei vorsichtig vor Glaubenskonzepten in der Energetik. Und ich finde das auch ganz wichtig, du solltest darauf achten, wenn dir ein Therapeut sein Glaubenssystem rüberstülpen möchte. Und das ist natürlich, noch einmal, Lebensenergie ist unsichtbar und man kann ja da mehrere Bilder bemühen auch dafür, aber das Wichtige ist einfach, lass dir nicht das Glaubenssystem deines Energetikers rüberstülpen. Das heißt also, nur weil deine Energetikerin oder dein Energetiker an Geister glaubt oder Besetzungen glaubt, an das Böse glaubt, an irgendwelche Schatten glaubt oder Blockaden glaubt und dir dann sagt, ja, du hast da einen Geist oder du hast da einen Verstorbenen herumstehen, dann bitte lass mal die Kirche im Dorf, atme tief ein und mach dir bewusst, dass es da nur um ein Bild erst einmal geht, mit dem deine Energetikerin, deine Energetiker arbeitet. Und lass dir bitte dieses Glaubenssystem nicht aufdrücken und lass dich nicht verunsichern von solchen Sachen. Ich finde das so wichtig, dass du einfach klar bleibst bei dir und im Zweifelsfall, wenn dir was komisch vorkommt, du sitzt am Steuer und du hast es unter Kontrolle und du kannst jederzeit den Stecker ziehen. Also lass dir bitte keinen Bullshit von irgendjemandem aufdrücken oder irgendein Konzept aufdrücken oder du musst das oder das tun, damit das und das funktioniert. Nein, du bist in der Kontrolle, du bist die Person, die es in der Hand hat und du bist die Herrin über dein Leben. Also lass dir bitte nichts erzählen. Das waren meine Tipps in Bezug auf Energetik und ich finde es auf der einen Seite ganz wichtig, dass man es hört und auf der anderen Seite ganz furchtbar, dass man überhaupt darüber reden muss und dass man solche grundlegenden Sachen überhaupt besprechen muss. Aber leider ist es so und es ist wie gesagt ein freies Gewerbe, ich kann auch nicht für die ganze Branche sprechen, aber es geht darum, dass du dich wohlfühlst und ich kann dir garantieren, dass es von der energetischen Ebene wunderbare Techniken gibt, die dich ganz toll abholen, wenn du natürlich die richtige Therapeutin, den richtigen energetischen Therapeuten dafür hast. Da kann man ganz viel bewegen und ich sehe das auch immer wieder in meiner Praxis und das sehe ich auch schon seit über 20 Jahren. Also es soll dich nicht abschrecken, es soll nur einfach mal ein Bewusstsein schaffen für dich, einfach mal ein bisschen eine Klarheit schaffen. Du bist immer die Person, die letzten Endes zu entscheiden hat und meines Erachtens nach sollte das bei jedem Geschäftsvorgang und auch bei Ärzten immer so sein, also am Schluss entscheidest du, ob du etwas nimmst oder nicht. Und ich will mich da jetzt überhaupt nicht anlegen und sagen, dass da immer Widerstand geleistet werden muss, aber du entscheidest letzten Endes. Es ist dein Leben und dein Körper und keiner kann dir da was bestimmen und sollte dir etwas bestimmen. Bleib klar, bleib bewusst und bleib in deiner Verantwortung. Das war es für diese Woche beim Mediale Energetik Podcast. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann freue ich mich darauf, dass du auf Facebook schaust oder diesen Kanal abonnierst. Das wäre ganz, ganz toll, weil du mir sehr damit hilfst. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da habe ich wieder ein spannendes Thema für dich vorbereitet. Bis dahin alles Gute, eine wunderbare Zeit. Dein Oliver Erini, Mediale Energetiker.